ja hallo meine lieben hier ist noch mal sabine ich wollte nichts dramatisches erzählen eigentlich nur so ein paar sachen die mir so durch den kopf gehen gerade jetzt wurde wieder irgendwo eine demo geteilt oder in dem spaziergang geteilt wo sich wieder von rechts und von links und von irgendwelchen anderen gruppierungen distanziert wurde und das finde ich so faszinierend diese distanziere weil ich habe selbst auch jahrelang also ich würde sagen jahrzehntelang demonstrationen organisiert und ich wurde immer aufgefordert mich von irgendwem zu distanzieren also dann hieß es damals zum beispiel in der kaplan auf eine demo kommt dann darf man da auf keinen fall hingehen das muss das geht nicht der muss weg da muss man sich distanzieren da musste man sich von rechts distanzieren da musste man sich von links distanzieren dann musste man sich von irgendeiner sekte distanzieren da musste man sich von ul distanzieren von der gabriele prophetin von von irgendwelchen von well being ich weiß nicht was von irgendwas musste man sich immer distanzieren und ich habe das nie gemacht also ich habe mich einfach nie draußen winken mir gerade jungs aus der werkstatt zu nie irgendwie dazu bereit erklärt mich zu distanzieren weil ich weiß um was es geht die menschen wollen ich in eine bestimmte ecke drängen und sie drängen dich in diese ecke ob du dich distanzierst oder ob du dich nicht distanzierst du siehst es an tramp im moment der tramp hat eine rede gehalten wo er gesagt die leute sollen ruhig bleiben die sollen keinen krawall machen die sollen friedlich sein und so weiter und was haben sie gesagt er zu gewalt aufgerufen ob er zu gewalt aufgerufen hat oder nicht das ist dabei völlig irrelevant es wird einfach behauptet und ihr seht ja dass in allem einfach irgendwas behauptet wird also wenn du dich distanzierst wie das ja viele von den großdemonstrationsorganisatoren gemacht haben von links von rechts von allem möglichen werden trotzdem als nazis und rechtsradikale oder verfassungsfeinde oder sonstwas einsortiert und bezeichnet weil es egal ist es ist egal sie finden immer irgendeinen beweis dafür dass du angeblich so bist wie sie sich ausgedacht haben wie du bist oder wer du bist es hat keinen sinn das einzige was passiert ist sie spalten sie spalten uns und sie bringen uns in eine ecke in die sie uns haben wollen das ist das einzige was dabei rumkommt sonst nichts also ich würde mich niemals von irgendwem distanzieren wenn ich nicht selber will und mir überlegt habe aber nicht weil jemand sagt distanziert ich von dem niemals also wirklich niemals ich sehe nicht ein was der sinn da bringen soll und wir sind rechtsradikale nazis und wir bleiben rechtsradikale nazis und da könnt ihr jahrhundert mal beweisen dass ihr ganz tolle menschenfreunde seien dass ihr weder sexistisch noch rassistisch noch schulenfeindlich noch noch sonst was seid die wollen dass ihr seid und dann seid ihr es deshalb wie gesagt diese distanziererei sehe ich nicht ein und was ich auch nicht verstehe ich kann mich jetzt natürlich nicht so aufspielen weil ich bin nicht in deutschland ich weiß nicht wie schlimm es ist also ich krieg nur immer berichte davon wie schlimm es ist aber ob es wirklich so schlimm ist oder wie man sich dabei fühlt weiß ich natürlich nicht ich reise seit einem jahr rum ich bin eigentlich immer nur in ländern wo das ganze friedlich ist deshalb bin ich jetzt ja auch noch eine woche in den usa danach wieder weg weil dann geht es ja hier rapide bergab also das wird rapide bergab gehen hier das wird man das kann man jetzt schon mit mit also man kann es jetzt schon spüren wenn man mit leuten hat spricht und deshalb weiß ich natürlich nicht wie schlimm und wie schrecklich das in deutschland ist aber ich verstehe trotzdem nicht dass man auf eine demo geht oder eine demo oder ein spaziergang oder sonst was organisiert und vorher sagt bitte bringt eure masken mit haltet den abstand ein und am nächsten nächsten mal ist es dann wahrscheinlich noch weil denn ja das gesetz sein wird es darf nur noch eine veranstaltung gemacht wird und eine demo gemacht werden wo alle geimpft sind lasst euch vor impfen oder was oder bringt euren negativen kobe test mit man kann doch nicht gegen irgendwas demonstrieren und dann dabei genau das mitmachen also ich weiß ich bin zu blöd ich kapiere es einfach nicht ich bin zu blöd also das ist es mir rätselhaft ist mir rätselhaft also ich glaube auch nicht dass es was bringt weil die wird auch damit werte die eine ecke gedrängt in die sie euch haben wollen und das wird nicht zu nutzen genau wie mit der impfung also ich habe wirklich die hoffnung weil wenn ich auch denke so die pflegekräfte jetzt sie sich alle nicht impfen lassen wollen wenn die wirklich zusammenhalten und sagen wir machen das nicht oder wenn es auch nur 60 prozent sind die es nicht machen und die dann zur not sagen okay dann legen wir die arbeit halt nieder dann würden natürlich die regierenden und die da irgendwie die leute gerne impfen wollen und so weiter die werden doch aus der wäsche gucken und dann wird natürlich da vielleicht irgendwie vielleicht nicht umgeschwenkt aber vielleicht nachgedacht oder irgendwie uns die gnadenfrist noch mal gemacht in der wir vielleicht auch noch irgendwie andere sachen auf die beine stellen können aber ob diese solidarität unter den leuten die sich nicht impfen lassen wollen wirklich so da ist das ist halt die frage weil viele leute haben brauchen den job die haben haus das sie abzahlen müssen hier haben kinder die haben familie die haben irgendwelche kredite am laufen und ob die dann wirklich sagen okay dann werde ich mich arbeitslos und leg mich erst mal hin und warte was passiert ob die das durchhalten das ist die frage es wäre natürlich schön aber ich weiß nicht ob in deutschland diese solidarität so vorhanden ist es gibt ja immer streikbrecher das ist es ja es gibt ja immer streikbrecher und die verderben dann natürlich alles aber trotzdem wäre natürlich zu hoffen dass die leute zusammenhalten wobei es auch witzig finde oder nicht eigentlich witzig aber die schreien nach maske die schreien nach maßnahmen die glauben diesen ganzen corona schmonzes und trotzdem lassen sich nicht impfen die müssen doch eigentlich jetzt übersprudeln vor glück dass jetzt diese tolle impfung haben mit der alles gut wird aber da ist natürlich auch wieder weil die leute dann sehen es geht gegen sie selber und gegen ihren körper was sie bei den masken nicht so direkt gesehen haben wobei das auch gegen die gesundheit natürlich geht aber braucht man gar nicht drüber reden weiß man nicht irgendwie wie sich das halt so entwickelt mit den masken ist ja auch da hinten ffp2 ich bin ja dafür drei oder vielleicht gibt es ja auch sieben oder sowas kann auch noch erfinden aber das tolle ist ja wenn die ihr so toll helfen deshalb werden jetzt auch vorgeschrieben weil sie helfen da könnten ja eigentlich die die angst von der krankheit haben diese maske aufsetzen und fertig und die anderen gar nicht oder ich vergesse immer das ist ja klar wenn zwei leute mit der maske aufhaben dann bringt das natürlich mehr ich finde zwar auch die anderen könnten zwei aufsetzen aber dann sagen die wahrscheinlich könnte ja auch zwei ersetzen aber für den ist es noch sicherer also der wahnsinn bei denen das ist ja nicht zu fassen das ganze nicht zu fassen ja also was gibt es sonst noch zu sagen ja den lockdown lockdown jetzt der richtige lockdown der jetzt vielleicht kommen soll sieben bis zehn tage hat ja auch in der türkei gut geklappt klappt jetzt auch im libanon gut oder auch in anderen ländern wurde halt war ist eine super sache deshalb ist auch alles wieder hinfällig was vorher gesagt wurde der sparen sagte dann ja also einen zweiten lockdown werden wir nicht machen also wir haben aus dem frühjahr haben wir echt gelernt und das hat nichts gebracht und das hat nur negative sachen nach sich gezogen also zweiten lockdown werden wir nicht machen und da gibt es viele sachen da müssen sich leute jetzt auch entschuldigen und so weiter also das machen wir nicht normal und ja dann ging es so los mit dem herbst also wir brauchen wir doch ein lockdown also wenn weihnachten und silvester noch ein schönes fest werden sollen müssen wir jetzt ein bisschen lockdown machen also machen wir jetzt mal so lockdown und dann weihnachten und silvester dann ist alles wieder gut gut dann wurde halt der lockdown gemacht der light lockdown dann sind ja also leute das ist zu wenig das funktioniert nicht also weihnachtensilvester lassen wir einfach ausfallen ist ja nicht so schlimm so ein fest irgendwie wird ja sowieso völlig überbewertet und ist ja auch total entartet die letzten jahre und diese knallerei mit dem silvester und so alles mist also machen wir zu nicht dass ich nichts gegen ballerei habe ich habe was dagegen gegen feuerwerk aber nur wegen der umwelt und der tiere nicht weil ich gegen feiern bin ich bin sehr für feiern also jedenfalls dann machen wir den lockdown weiter und dann ist bald wieder alles gut gut also dann lockern aber der muss härter werden also dieser lockdown das einfach noch zu luschig das kann auch nichts bringen und die werte sind immer noch viel zu hoch und auch wenn wir aufhören würden zu testen und die pandemie dann eigentlich vorbei wäre weil wir dann nicht mehr tote hätten als grippe und lungenentzündung sonst auch jedes jahr irgendwie nein geht nicht also härterer lockdown gut aber da reicht auch noch nicht also machen wir jetzt den richtig harten lockdown aber nur eine woche also das wird dann ungefähr genauso die woche wie der normale lockdown eigentlich nur über weihnachtensilvester sein sollte dann bis ende januar dann vielleicht doch bis ende februar und selbst wenn er bis märz gehen würde was ich nicht glaube weil letztes jahr ging es ja mit märz ist das richtig los mit dem ganzen theater naja was soll man dazu sagen also märz april mai und dann ist der sommer sowieso schon vorbei das neue dieses mutierte virus ist aber glaube ich auch noch nicht das was bill gates angekündigt hatte wo er gesagt hat das wird wirklich also richtig aufsehen erregen weil das tut es ja noch nicht ich denke mir das kommt dann so zum ende des sommers anfang des herbstes damit wirklich alle sich dann noch impfen lassen die selbst mit tüchen sozialen druck das noch nicht sich noch nicht dazu haben bringen lassen ja die impfung mehr finde ich ja auch toll ich meine deutschland quasi den pcr test für diese ganze sache erfunden und die impfung dafür erfunden und hat die besten politiker mit den härtesten maßnahmen mit dem besten gesundheitssystem und so weiter und so fort und trotzdem sind unsere zahlen schlechter als die von anderen ländern oder von der welt insgesamt man kann also die welt insgesamt nehmen zwei millionen mit corona tote im vergleich zu 3,2 millionen menschen jedes jahr an grippe und lungenentzündung sterben also sind das diesmal sogar corona mäßig noch weniger und wenn man die anderen wahrscheinlich jetzt zählt wird wahrscheinlich da auch die zahl runter gegangen sein wie auch bei krebs und herzinfarkt und allem also sind die alles nur noch corona tote also weltweit wie gesagt sind zwei millionen zu sonst 3,2 und bei uns in deutschland sind die zahlen irgendwie viel schlechter also selbst wenn man bei uns halt lungenentzündung und grippe zusammen zählt von schlechten jahre bist du so bei 40 45.000 das ist 50 sein und selbst da sind wir den corona toten ja schon fast also wir haben wirklich ganz ganz schlechte zahlen im vergleich zu anderen ländern liegt aber natürlich daran die anderen länder die faken ihre zahlen also in wirklichkeit tansania oder auch uganda oder andere afrikanische länder da sind millionen gestorben hunderte millionen also die liegen quasi überall auf der straße rum ich war ja da also die leichen berge die müssen dann nachts immer weggeräumt werden weil es voll ist mit leichen und jeder kennt mindestens 20 leute die an corona erkrankt oder gestorben ist ganz furchtbar nein natürlich nicht ich meine ich war da mehrere wochen ich habe mit vielen leuten gesprochen keiner kannte einen der an corona gestorben ist es kann nicht mal jemand ein der auch nur erkrankt war an corona es gab keine masken es gab keinen lockdown also im frühjahr gab es einen lockdown aber da haben die leute revoltiert dann wurde es wieder aufgehoben es gab kein social distancing es gibt an einigen ecken desinfektionsmittel also fast keiner benutzt die geschäfte sind auf die restaurants sind auf die leute spielen draußen fußball alles und trotzdem liegen keine leichen berge rum warum nicht verdammt warum nicht warum ist es bei uns so warum man raff das doch einfach mal ich könnte echt immer durchdrehen ich könnte echt immer durchdrehen und auch bei uns habt ihr euch die ganzen leichen berge mal angeguckt jetzt kommt alleine ja im wissen so viele jetzt gestorben also ganz furchtbar viele sind gestorben deswegen war ja richtig so ein beerdigung stau oder so ein krematorium stau ja und warum weil zwischen weihnachten und neuer keiner da war der sterbekunden ausgefüllt hat deshalb mussten die alle auf halde liegen und die damit eine dame die befragt wurde aus dem krematorium hat gesagt das ist jedes jahr so weil er einfach keiner ist der sich darum kümmert es ist jedes jahr so oder die tatsache dass mehr leute dieses jahr irgendwie verbrannt wurde oder kremiert wurden oder beerdigt wurden woran liegt das weil sonst in den jahren viele auch ins ausland ins krematorium geschickt wurden weil es billiger war das war dieses jahr aber nicht erlaubt also mussten sie bei uns ins krematorium mann echt und die übersterblichkeit die angeblich vorhanden ist ihr braucht doch einfach nur mal gucken guckt euch doch mal die zahlen an bei professor homburg zum beispiel guckt euch doch einfach mal die zahlen an oder guckt meinetwegen auch sogar auf die rki seite oder bei statista oder so und selbst wenn es zehn prozent mehr tote wären das ist in normalen grippe jahren auch mal passiert das ist vielleicht ein extremes grippe ja vielleicht was ich auch nicht glaube aber meinetwegen dass es das sein aber es ist doch kein killer virus wenn nicht wirklich in dem land und deutschland da wurden 82 millionen wenn da zehn prozent der menschen sterben würde ich auch sagen das ist nur jetzt muss aber was passieren aber das sind 0,0 irgendwas leute und dann nicht zu verstehen dass irgendwas anderes geht ich habe mir vorhin zum ersten mal ich habe sonst immer die texte von dem schwab gelesen und die bilder dazu geguckt mal ein video länger angeguckt wie der man redet der redet ja noch schlimmer englisch als frau von der leyen und ich und der will irgendwie jetzt seinen welt reset plan irgendwie sich ausdenken es ist nicht zu fassen was für ein englisch also ganz schlimm thank you thank you also furchtbar und es kommen einfach so viele sachen zusammen also das ist ja mit den tests und mit den impfungen und mit wie das alles gemacht wird und überprüft wird und wer sich sachen zusammen lügt ist so viele sachen mittlerweile was man weiß ja gar nicht mehr wo man eigentlich anfangen soll also es ist ich gucke mir manchmal meine alten videos an die ich seit märz ja schon mache wo ich auch sachen vorher gesagt habe und so die alle eingetroffen sind jetzt kommt zum beispiel das bedingungslose grundeinkommen das ja nicht bedingungslos ist aber es ist natürlich eine schöne art sich wederstimmen zu kaufen und leute auch ruhig zu halten indem sie halt einfach dann ihr geld in die hand gedrückt kriegen und fertig ja lasst euch schon impfen alles klar und dann macht ihr mit dem punktesystem noch einen sport dann kriegt ihr vielleicht noch 50 euro mehr sollte alles klappen leute echt guckt mal hin denkt mal mit bedingungsloses grundeinkommen diese ganze sache mit den impfungen mit dem bargeld abschaffung spätestens in fünf jahren wird es kein bargeld mehr geben mit dem geld das jetzt den leuten aus der tasche leiern wollen um irgendwie diese ganzen sachen jetzt zu bezahlen auch den full lockdown und so weiter kriegt ihr das nicht mit der mittelstand soll weg sie wollen die ganz reichen haben die alles bestimmen die ganz armen die alles mitmachen und froh sind wenn sie 1000 euro in die hand gedrückt bekommen und das war's leute die irgendwie mitreden wollen leute die irgendwie das ganze finanziert haben leute die wirklich mein ding sagen ich will nicht so viel steuern zahlen ich will nicht irgendwie den ganzen papierkram haben ich will jetzt für mein geld auch mal was sehen und politiker die was machen das geht den leuten am arsch vorbei also leute macht gut ich bin in amerika melde mich wieder